So, hat man das gesehen? Hat es geruckelt? Finde ich super. Klappt alles sehr schön. Ich habe mir das vorher so schwierig vorgestellt mit dem Stream. Aber es macht einfach super Spaß, muss ich sagen. Wenn alles so ein bisschen mitspielt, alles klappt, top. Einfach top. Nur merke ich gerade, dass jetzt schon der zweite Bildschirm zu klein wird, aber ich habe keinen Bock, mir einen dritten jetzt noch hinzustellen. Dann sehe ich ja gar nichts mehr hier. Das ist einfach nur so eine Videowand. Ich lasse mich zu leicht ablenken, merke ich gerade. Wo laufe ich denn schon wieder hin? Wir gehen einfach mal in die Schreinerstadt, sage ich mal. Ich nenne sie Schreinerstadt, mir egal. Ja, finde ich auch. Meiner Meinung nach hat das Streaming mehr Zukunft, meiner Meinung nach, als YouTube mittlerweile. Man merkt ja jetzt schon auf YouTube so einen leichten Bergabgang. Finde ich. Vielleicht sagen andere was Schlaberstuch. So finde ich es. Handeln und craften. Handeln und craften. Ja, ja, ja. Werde ich tun, werde ich tun, werde ich tun. Gleich mal alle ankassen. Gleich mal alle angaffen. Dann ist es wieder so still. Passt eigentlich der Ton? Ich hoffe doch. So, die Dame. Genau, Sägewerk. Da bekommen wir die Planken her. Zehn Holz brauchen wir. Oh. Hammer sogar. Zehn Planken. Nee, 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 nee. Wie viel haben wir gebraucht? Tonpass. Dankeschön. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wie viel haben wir gebraucht? Falsche Taste. Hier war das. Zwei. Gut, dass wir so viel haben. Ich möchte zwei Planken haben. Ja, kann sein, dass das ein bisschen günstiger... Was ist das denn jetzt? Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht so unbedingt gehört. Das war irgendwie ein Roller von irgendjemandem. So, einen Futtertruck haben wir schon. Was bringt der denn? 100. Machen wir noch ein paar mehr, oder? Ja, komm. Machen wir noch ein paar mehr. Ich weiß sogar, wo es hier denn hier Futter gibt. Futter ist immer gut. Wir haben vorhin auch lecker Kasselerbraten gegessen. Hab ich schon. Dankeschön. Alles gut. Alles gut. Da haben wir noch was. Noch was? Nein. So, Planken haben wir genug. Da können wir hier gleich eigentlich die ganzen Bäume niederfällen. Natürlich wieder einpflanzen. Ich habe ja immer noch das Ziel, hier die komplette Map irgendwie zu bepflanzen. Natürlich auch ohne Lösung. Also schön blind. Sonst macht das Spiel ja auch keinen Spaß. Haben wir noch hier, haben wir noch da. Geil wäre es noch irgendwie, wenn die ganzen Werkzeuge nach und nach kaputt gehen würden. So, das ist Hammer. Weg mit dem Baum. Entschuldigung, liebe Umweltschützer. Zack. Hammer auch. Pflanzen. Oh, da hat jemand eine Quest für uns. Gude. Oh Mann, oh Mann. Wie interessant. Ich muss das aufschreiben. Jetzt sehe ich das erst. Tag. Du alter Hund. Du siehst gut aus. Du hast alles, du hast also überlebt. Und Captain Pullen geht es auch gut. Hat dich gebeten, nach uns anderen zu suchen. Wie du siehst, geht es mir gut. Sag ihm, dass ich hier glücklich bin und beschäftigt. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen. Kari bat mich Informationen zu sammeln, um ihr bald zu berichten. Bis dann. Ja, wir haben unsere Crew wieder. Die Liga der Ultimates ist wieder da. Was? So. Bäumchen. Oh, das ist aber auch gemein. Man sieht das hier gar nicht. Wie gemein. Man sieht das gar nicht. Oh. Und der nächste Baum. Zack. So, und wieder Pflanzen. Was brauchen wir denn noch? Schreinersets haben... Haben wir Schreinersets noch da? Ne, wir haben keins. Dann machen wir mal gerade eins. Kleber. Zelliumblume und Wasser. Wasser? Wir müssten noch eine, eine, eine Liane haben. Jawohl. Ich bin gut. Ich bin so gut. Genau, jetzt... Ach ja, die Zelliumblume fehlt noch. Okay, ich bin nicht ganz so gut. Aber die kriegen wir auch noch. Aber ich hole noch mehr, noch mehr Holz. Wir brauchen extrem viel. Ne, den Stumpf nehmen wir auch noch. Wachsen die... Bäh. Ja, doch wachsen die Bäume eigentlich wieder, wenn ich nur den Stumpf da lasse? Eigentlich nicht, ne? Also das wäre mir neu. Dann hätten wir ja keine Holzprobleme mehr in der Welt. So. Auch gepflanzt. Die Zelliumblume, die ist wieder im alten Gebiet, gell? Dann gehen wir mal zurück. Auf dem Weg dahin könnten wir noch ein paar Bäume zerlegen. Blumenschwein einfangen. Mit was? Wie fängt man die? Ich will eins haben. Sofort. Ah, nein. Spitzhacke brauchen wir. Spitzhacke brauchen wir. Das Blumenschweinchen. Ich gehe mal zurück zu unserem Bauernhof. Der ist einfach geradeaus. Schadeweise nicht mehr. Hm. Wenn ich ein Blumenschwein wäre, auf was würde ich stehen? Steht das vielleicht in den Karteikarten von denen? Nein? Da? Blumenschweinchen. Hm. Steht leider nicht da. Ach, wir haben sogar alle neun für neun Tiere gefunden. Habe ich dafür ein Achievement gekriegt? Ich hoffe doch. So, wir haben die Zelliumblume. Jetzt machen wir noch schnell den Kleber. So, Kleber haben wir. Und jetzt fehlen uns wieder die Planken. Jetzt müssen wir wieder zu der alten da zurückrennen. Jetzt überlege ich gerade, wie laufe ich jetzt am intelligentesten? Ganz viele Planken machen? Ich gehe Planken machen. Weil sonst haben wir hier hinten nichts. Dann rennen wir wieder zurück. Und bauen und bauen und bauen. Und dann gehen wir wieder hier in die Gilde. Und dann kriegen wir noch ne Menge Rezept. Und ich glaube, dann können wir uns auch die Planken selbst bauen. Ist ja alles so ein bisschen. Ein kleines bisschen wie Minecraft hier. Nur geiler irgendwie. Pilz? Hab kein Pilz. Ja, 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 ja. So, wir machen... Ich weiß nicht. Wir machen einfach mal fünf. Moment mal, ich hab ja hier... Zack, das Tablet. Da würde ich mal kurz was testen. Einen Moment. Hätte ich eigentlich vor der Aufnahme machen müssen, aber kennt man ja. Man hat ja nie Zeit. Das Schöne ist, ich hab morgen eine Schulung. In der Firma. Und die ist spät. Daher hab ich... Zeit... Heute zu streamen. Einen Moment. Geht gleich weiter. Das Tablet hat nur noch acht Prozent. Sehr schön, dass man mit dem Tablet funktioniert. Geil. Dann kann ich den Browser eigentlich... Ich sag mal, zumachen. Und OBS wieder öffnen. Oh, was ein Träum. Was ist Träum? Ja, ich weiß. Oh, das freut mich. Top. 21 neue Nachrichten auf der E-Mail. Was ist denn da schon wieder los heute? So, Planken haben wir gemacht. Dann rennen wir jetzt erstmal zurück. Warte, wir haben fünf Planken gemacht. Das ist unsymmetrisch. Eine brauchen wir mindestens noch, dass wir immerhin ordentlich craften können. Oh, ein Sternbild. Das hatten wir, glaube ich, gefunden. Dann brauchen wir noch ein paar Lianen für den Kleber. Oh. Wird mich mal interessieren, ob das in echt auch geht. Das wäre so geil. Jetzt nimmst du einfach eine Liane, ein bisschen Wasser, zack, hast du Kleber. Und das ist dann bestimmt besser noch als dieser ganze Uhu-Scheiß. Boah, das wäre bitter. Das wäre bitter für Uhu. So. Jetzt haben wir sechs Planken. Lianen brauchen wir noch. Nicht vergessen. Um dann das Wasser daraus zu quetschen. Huch. Weil der Ton einfach aufgehört. Oh, hier können wir was pflanzen. Zack. Hier drüben war auch noch was, oder? Nee. Es gibt aber so Arschfield-Bäume, die wir pflanzen können. Das ist der Hammer. Das ist unglaublich. Pilze kann man auch nehmen. Okay. Immer noch ein Stein mit. So, was braucht man noch für den Kleber? Die Cellium-Blume. Cellium-Blume. Was ist das mit der Aufnahme? Ach, die Geweil, zwölf Minuten. Da kommt mir ein bisschen viel vor. Ich wollte jetzt auch zum Bauernrufe. Ja, das ist doch fast in der Nähe. Da ist er. Gut, das Hammer, das Hammer, das Hammer. Das haben wir. Na, die wollte ich mir eigentlich mitnehmen. So, jetzt sowieso. Gut. Da ist noch ein Häufelchen. Kann ich eigentlich. Nee, das ist ja für die Groffel. Ja gut, das Inventar selbst. Oh, da haben wir auch noch ganz viele, die ja und die nehmen wir auch nochmal alle mit. Ja, das ist schon klar, dass wenn du, ähm, Futter haben wir auch noch, wir hätten gar nicht hier ins Lager rennen müssen. Eine Planke haben wir auch noch sogar. Naja. Oh. Ich glaube, ich habe alles aufgesammelt. Ich habe jetzt nichts nochmal. Da. Dankeschön. Ich höre schon wieder, die sind Roller, komm. Voll laut. Gut. Da ist noch einer. Ah, 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 ah. Was schreien das jetzt? So, wir können den Futtertruck bauen. Erneut. Jetzt brauchen wir nochmal Kleber. Und den können wir nicht herstellen, weil wir kein Wasser haben. Und das Wasser, das können wir hier herstellen. Wir haben einige Lianen. Machen wir mal so ein paar. Das reicht schon. Wieder ein bisschen Wasser. Ein Schreiner-Set. Und noch ein Futtertruck. Das läuft ja wie sonst was. Pilze? Pilze. Ach so, Moment. Ich probiere mal was. Ich probiere mal was. Mal sehen, ob das klappt. Hier haben wir noch eine Blume. Mal ein bisschen craften. Was können wir noch machen? Was können wir noch machen? Kleber. Schreiner-Set. Futtertruck. So, jetzt fehlen uns auch die Planken. Wie viele haben wir? 628. Verdammt, wir brauchen noch mehr Planken. Leck mich doch am Arsch. Gibt's doch nicht. So, die Schweinchen sind hier drüben. Und die Sonne geht auf. Hurra. Ja, einen kleinen Stall habe ich, ja. Habe ich? Doch, habe ich. Durchsuchen gerade. Ja, ohne Stall, keine Adoption, ja. Ich habe nur, ich habe zwei große Stelle und habe versucht, zwei Groffel zu holen, aber irgendwie hat er das eine nicht angenommen. Ich weiß nicht, wie so. Ich weiß nicht, was gefehlt hat. Oder brauche ich noch einen Futtertruck pro Tier? Gib Gegenstand. Pilz. Komm, Junge. Oh, das wird dauern. Das wird dauern. Komm. Nicht packen. Komm. Ah ja, lieber jemand, der ein bisschen Tipps gibt. So kommt man auch ein bisschen weiter, weil sonst werde ich, glaube ich, auch ein bisschen aufgeschmissen. Ist halt schade, dass das nirgendwo irgendwie steht. Ah ja, jetzt. Ich hoffe, wir wollen halt beispielsweise die Samen oder ähnliches. Es ist so süß. Es ist so süß. Oh, ich, 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 ich will das einfach haben. Ich will das als Kuscheltier haben. Na, komm. Noch was vor heute? Na, komm. Ne, willst du, du willst noch einen Pilz? Das glaube ich ja gar nicht. So, komm, Jungechen. Genau. Da hast du völlig recht. Hm. Wir laufen noch richtig? Ja. Zum Glück haben wir genug Pilze. Oh, schade. Merch von Yonda, das wär's noch. Mir gefällt das Spiel so gut. Ich hab das bei jemand anderem im Stream. Nein, das war ein Let's Play, glaube ich. Hab ich das gesehen und hab mir nur gedacht. Kaufen. Nein, nicht zurückrennen. Du bleibst hier. Komm. Komm. Hey. Ab in dein Zuhause. Neues Zuhause. Das Problem ist... Ich glaube, ich müsste dann noch ein... ein... Futterdruck haben wir ja jetzt. Noch, äh, Wasserdruck bauen. Komm. Also, wenn das wirklich ist, Futter und Wasserdruck pro Tier, dann muss ich noch ein bisschen was machen. Vielleicht konnte ich auch deswegen das Kroffel damals nicht, äh, adoptieren. Oh, ich wünschte, ich hätte wie bei Minecraft so ein Safari-Netz. Das wär klasse. Das ist ja noch schlimmer. Oh, jetzt wird's noch ein Pilz. Drei Pilze frisst das Vieh mittlerweile. Ich hoffe, ich hab noch welche. Milorika ist da. Schön. Wombat. Okay. Wir probieren das gleich nochmal. Wenn wir das Schwein jetzt nicht adoptieren können, dann wird das daran liegen. Ach, das geht jetzt, oder was? Zack. Ich bin verwirrt. Ich glaube, du hast recht rein. Optisch müssten wir das irgendwie schon machen. Was würde denn ein Wassertrog? Kleber, Planke, Holzlatten, Wasser. Wasser haben wir schon mal. Einmal Kleber, haben wir auch. Planke, die Holzlatten. Wir brauchen Planken. Wir brauchen einfach die scheiß Planken, das gibt's doch gar nicht. Oh, nö. Eine haben wir noch. Wir haben hier noch Holz. Das nehmen wir alles mit. Stock. Nee, Holz braucht die alte, gell? Mit Stöckern kann sie nichts anfangen. Dem Herrn? Ich will einen Fisch. Geisterfisch. Ich habe leider, ich habe, glaube ich, nichts, habe ich nichts gebratenes? Nee, müsste ich braten. Dann können wir ja gleich nochmal die Koch-Skills ausprobieren. Gekochter Fisch. Einfach gekochter Fisch, ne? So, machen wir mal so. Mehr Nahrung. Milch geht auch? Na, dann geben wir dem doch Milch. Da haben wir genug von. Nimm. Nimm, Junge. Ich habe Zeit. Dass das geht, das ist super. Ja, ja, ja. Einfach G und Enter. Ja. Einfach mehr. So, haben wir denn noch Fisch? Vielleicht kann ich ihn zur Abwechslung... Unsere Koch-Skills haben wir noch. Ein Fisch immerhin. Hier. Ja, der ist für dich, Kollege. Und da haben wir noch... So, wähle den Hof auf dem Buschel... Bleiben wir mal beim Südfeldhof. Errungenschaft, keine Zeit. Das ist klasse. Super. Haben wir das damit auch erreicht. Haben wir das damit auch? Oh, ich freue mich. Super. Das läuft ja mal langsam richtig hier auf unserem Bauernhof. Huch. Was habe ich jetzt gepflanzt? Ich war es nicht. Ich war es nicht. So, wo waren wir beim Futtertruck? Wassertruck, was fehlt uns da? Ach ja. Wir müssen nochmal zur Alten rennen. Da gehen wir nochmal ein bisschen Holz dann sammeln. Und dann müssten wir auch bald nämlich unsere Schreiner-Quest ziemlich... Gucken wir später gleich nochmal vorbei. Wir müssen ja noch den Wassertruck bauen. Das heißt, wir kommen eh nochmal vorbei. Ach nee, die Alte war da oben. Und dann schön Holz sammeln, Holz sammeln, Holz sammeln. Einfach Holz sammeln. Was ist denn? 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 Ja, nicht gegen den Baum laufen. Holz sammeln. Alles klar. Holz sammeln. Dieses Kurzzeitgedächtnis ist unglaublich. Ich brauche mal ein neues Hirn. So. Die übergehe ich danke vorerst. Mal gucken. Ich will jetzt erstmal den Wassertruck und beziehungsweise die Schreiner-Quest erstmal machen. Da unten haben wir noch Bäume. Die anderen sind noch nicht gewachsen. Nehmen wir alles mit. Schon wieder eine Katze. Ganz deutlich. Wo ist sie? Wo ist es? Wo ist sie? Hier oben? Nicht. Ihr habt die Katze auch gehört, ne? Ich höre sie nicht mehr. Schade. Holz hacken, Holz hacken. Schön Holz hacken. Und natürlich auch wieder Pflanzen. Alles für die Umwelt. Alles für die Umwelt. So. Gleich geht die Sonne wieder auf. Punkt 6 Uhr. Tag 19, Jahr 2. Das ist der Hammer. Wir müssen dann noch zu unserem Käpt'n auch noch den Bescheid sagen, dass die Crew wohl auf ist. Und jetzt kein Bock mehr auf Piraten da sein hat. Es geht noch langsam. Ja. Belle. Also. Nurse. Ich wohne장. Dann. Dann. Ich wohne adapter. Ich wohne. Ich wohne. Dann. Ich wohne. Sanhed месте. Meinechinere Applaus. çasen Vielen ! some他. Dann. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020